Ja, 75 ist vielleicht schon etwas alt, du kriegst halt für einen guten Preis schon eine neuere Generation, sag ich mal. 75 wird auch schon zu... ja, keine Ahnung. Habt ihr auch mal eine? Oder habe ich sogar noch eine, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich meine alte verkauft habe. Jein, sag ich mal. So eine... jein. Hat auch zu wenig Memory-Speicher, glaube ich. Hat nur eins oder 1,2 oder 1,5 Max für die heutigen Gäste. Das ist schon sehr, sehr schnell voll. Also jein. Ist schon eine gute Karte gewesen damals aber. Also, ich weiß nicht, ob ich die Karte gewesen bin. Welche Track sind wir eigentlich auf? Auf Australien, Melbourne. Das erste Track. Ja, ich habe ein paar Setups und ich habe versucht, zu lernen, ja, Breakpoints und... ... welche Geer, welche Corner, etc. Du, da haben wir schon mal ein Setup für die Strecke. Wie komme ich hier raus? Da. Das ist zu... du bist zu krass. Das ist zu klassen. Ahaha. Du bist... du bist... du bist... du bist... du bist... ... was? Du bist... du bist... du bist... du bist... ... hier bist... du bist... du bist... du bist... ... du bist hier bis Bye-D shopping, lady-Bab... ... das ist... du bist ... zu glücklich. in der bühne wunderschönen wobei es natürlich auch prozessor ankommt klar m386 gdx 40 schafft es nicht mehr für dich der körper vielen dank wäre es echt lieb manchmal kannst du ja doch nett sein für zwei drei minuten aber das ändert sich dann einfach so abrückt das haben wir den titel hier oder einfach dies ja mach mal praktisch machen wir nichts anderes hier mach mal praktisch das wird schon passen hier ich weiß zu schätzen nix ich weiß zu schätzen nix ich weiß zu schätzen nix ich wollte eigentlich brasilian üben weil als nächstes wieder in der karriere brasilian an aber brasilian ist nur im regen wir wissen es bei dir pudding formel 1 und regen findest das auch so komisch also ich hatte da und regen bei jedem fast bei jedem rennen und das ist aber sau schwierig im regen zu fahren warum kommst du da zurecht circuit auf sie amerika für wenn ich gesund bin und wenn die zeit dafür reif ist baby ich möchte ich dir mein handgelenk weh von den ganzen schalten vor das haben wir wie hat x-games kota ok also es geht kommt die strecke einmal bestellen kaum probleme aber also monaco monaco musste ich im regen fahren monaco war in ganten gar nicht so einfach zu lernen aber ging dann und dann musste ich das im regen fahren dann musste ich das im regen fahren erst einmal monaco im regen gefahren das ist dein lieblings streamer jetzt sehe ich sie menschen die jetzt wird doch sagen können hier da hängst du immer ab die garten den ganzen tag und danach kommst du dann zwei minuten zum gags also sowas das ist you're welcome a friend no problem just need my setup ja wegen dem mode das kannst du nur machen wenn du da gesagt ist oder nicht schon supporten hier die anderen streamer und den gags im stich lassen hier nur nachts vorbei schon zwei minuten frechheit frechheit was sind geld wieder von den a ach so war bei arcage oder was ach so deswegen zockst du das spiel nicht wegen dem spiel nur wegen dem typen ah ich verstehe ich verstehe so ist alleine wirst du aber das darf nicht mehr von anfang an aber das darf nicht mehr von anfang an ha 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 komische uchi du das ist so cool hast du den so cool gefunden hast du ok ich verstehe nee deswegen hast du auch keine zeit hier aber umzuspielen verstehe ich ja hättest du doch gleich gesagt du hast doch keine ausrede gebraucht dass der pc nicht geht das server nicht geht das dann kaputt ist dass das nicht geht das nicht geht also du doch einfach sagen können hey gags keine chance gegen die natürlich natürlich Tag und Nacht wow ich musste noch mal mit dem von mir die Idealinie weil ich hab dann die Kurve nicht raus noch 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 ihr eng und nicht und predominantly die so Also mit den Idealen ist er noch schlimmer, ist er noch verwirrender. Immer diese Ausreden der Weiber hier, anstatt zu sagen, ja komm, Gags hab kein Wort auf Dich, Satilis, Stiebier, alles ein Ausreden Kappa, also stalkst du den auch noch, so so. Was? Jetzt kurz erlockt mein Chad Buffett, was willst du von mir? Siehst du, es kommt da raus bei den ganzen Ausreden. Irgendwann glaub ich, das hände die auch nicht mehr. Diese Kurven sind, finde ich, sau schwierig zu fahren. Wir reden hier über Religion. Ach so, du hast es schon gefragt. Ich weiß nicht, ich wollte mir erst mal vorbereiten für Online noch. Du wolltest jetzt CS zocken, gell? Weißt du, ich tue das? Sorry, ich hab vergessen können zu antworten. Ja, ich wollte eher lieber noch ein paar Setups probieren, noch ein paar Strecken üben, bevor ich noch mal online gehe. Ist doch. Schwierig, hast du gesehen. Das können wir ja dann am Wochenende machen, wenn du Bock hast, wenn ich mit einer Vorbereitung fertig bin. Hallo. Hey Katsu. Ach Ria ist wieder da. Hallöchen Na? Gebt deine Religion jetzt So, do you like to track my friend? It's not that easy for me Mein Chat spült ja, Religion geht Yeah, so it's okay, man, you have to ask first I will give you permission Ask first Hold on Let me finish this lab Mal eine andere Frage Schreibst du bei dem anderen im Chat auch so viel Schmarrn? Was sagt er denn dazu? Oder schaust du da vom PC eher? Weil du dich nicht blamieren möchtest Jetzt hier weggegst, hier, eifersüchtig fragen hier Was könnt ihr postlegen? Ja, ich sehe hier Permission granted So, United States So, ich sehe hier tatsächlich So, du denkst So, wenn ich jetzt hier Abonnieren bin ich Je vous auditioned Ich nehme mir